Ihr habt mich gefragt, wie eigentlich bei mir damals meine Routine in der Oberschufe aussah und deswegen werde ich die heute für euch in diesem Video erklären. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und heute teile ich mit euch meine Routine aus der Oberschufe. Die kann ich natürlich jetzt nicht so sagen, das war die eine Routine, weil das natürlich nach Phasen und Motivation bei mir auch geschwankt hat, aber ich habe trotzdem eine Routine erstellt, die für mich, denke ich so, durch die Bank sehr, sehr gut funktioniert hat und für euch sicherlich auch eine Inspiration sein kann, wie ihr euren Tag in der Oberstufe gestaltet, sodass ihr dann eben eure besten Leistungen zeigen könnt. Für mich persönlich hat der Tag immer so um 6 Uhr begonnen, da bin ich ungefähr aufgestanden, was heißt ungefähr, genau um 6 Uhr, also absolut genau um 6 Uhr. Bei mir gab es nicht so, ich drücke da nochmal auf Snooze, snooze ihr? Bitte alle Snoozer bitte mal in den Kommentaren outen. War ich nie, okay, ich habe mein Handy einfach immer genommen und einfach 3 Meter neben mich gelegt, so laut, dass meine Eltern theoretisch aufwachen würden, wenn ich nicht innerhalb von 20 Sekunden da so raushechte. Und das hat so auch sehr gut funktioniert, deswegen immer Punkt 6 Uhr aufstehen. Manchmal war es sogar 5 oder 4 Uhr. Das war dann zu der Zeit, als ich in der 11. Klasse noch parallel in einem Startup mitgearbeitet habe, wo ich von dem Startup viel mehr als von der Schule gehalten habe. Und da wollte ich einfach meine besten Zeiten, einfach, also meine besten Stunden, wo du einfach am Morgen noch gut fit bist und produktiv bist, wollte ich einfach in die Arbeit für dieses Startup stecken. Das heißt, ich bin um 4 Uhr aufgestanden, habe erstmal 2 bis 3 Stunden für das Startup gearbeitet und bin dann in die Schule gegangen. Also, das gab es bei mir auch. Das hat aber dann bedeutet, dass ich um 8 Uhr schlafen gegangen bin, was ein bisschen crazy Zeiten war. Aber, ja, das habe ich teilweise auch gemacht. Wenn ich dann aufgestanden bin, jetzt bleiben wir mal bei den 6 Uhr, was jetzt bezüglich auf die Schule und vielleicht für die meisten von euch auch am relevantesten ist, dann bin ich erstmal spazieren gegangen, circa eine halbe Stunde, einfach aus dem Grund, du kriegst frische Luft. Man kann sich relativ zum Spazieren, kann man sich sehr leicht motivieren. Also, wenn ich aufstehe und denke, ich muss gleich irgendwas lernen oder irgendwas machen, dann bin ich so, ja, weiß nicht. Aber wenn es einfach nur ist, hey, ich gehe raus, ein bisschen spazieren, das ist irgendwie voll cool. Du kriegst die frische Luft, du kriegst die Bewegung, vielleicht strahlt dir sogar ein bisschen die Sonne ins Gesicht jetzt im Sommer. Und das gibt dir einfach ein gutes Gefühl, einen guten Start in den Tag. Wenn ich dann zurückgekommen bin, 6 Uhr 30, stand für mich immer die Meditation am Zettel, eine halbe Stunde, bei 36 bis 7 Uhr, einfach damit du nochmal einen Fokus bekommst. Meditation habe ich ja auch schon erklärt, hat super viele Vorteile. Und das war für mich einfach super wichtig, weil ich danach so stark in mir selbst geruht habe, dass im Prinzip ich sowas von ready für den Tag war. Ich hatte erst einen positiven Start durch den Spaziergang und habe da nochmal so einen krassen Fokus gewonnen, wusste genau, was will ich heute machen, was ist mir heute wichtig, welcher Mensch möchte ich heute sein und konnte so einfach mit so einer krassen Präsenz auch in den Tag starten, dass ich einfach im Prinzip den Erfolg und das Glück einfach automatisch schon angezogen habe. Dann habe ich nämlich einfach gefrühstückt, meistens mit meiner Familie, habe mich dann danach fertig gemacht und bin dann ungefähr um 7 Uhr 30 so langsam Richtung Bus gegangen, bin dann in die Schule gefahren, war dann da so um 7.50 Uhr oder was weiß ich, habe dann vielleicht vor der ersten Stunde nochmal ein bisschen was gelernt. Um 8 Uhr bis nach 8.05 Uhr ging dann bei uns die Schule los. Das bedeutet einfach, dass ich immer in jeder Schulstunde zu 100% da bin. Das ist ja auch eine Sache, die ich euch immer wieder sage, vor allem auch in den Schulverträgen. Leute, wenn ihr in der Schule seid, dann seid 100% da. Das war mein Credo. Wenn ich in der Schule schon sitze, dann gebe ich auch 100%. Die Pausen habe ich meistens entweder fürs Lernen genutzt, wenn irgendwas anstand. Das empfehle ich auch absolut. Also es gibt immer wieder Leute, die sagen so, oh nee, wenn du, keine Ahnung was, kurz vor knapp lernst, dann funktioniert das nicht. Ist in meinen Augen Schwachsinn. Das ist natürlich immer empfehlenswert, wenn du so proaktiv die ganzen Dinge tust, dass du einfach schon für alles ideal vorbereitet bist und am jeweiligen Tag nichts mehr tun musst. Aber wenn du das Gefühl hast, du musst gerade nochmal lernen für eine Ex oder du hast irgendwas verpeilt oder so, dann mach das unbedingt auch in den Pausen noch. Wenn nichts anstand, habe ich mich meistens mit meinem besten Freund unterhalten. Aber so klassisch gechillt, einfach so mit mehreren Leuten, habe ich eigentlich fast gar nicht, weil ich in der Oberstufe schon gemerkt habe, mir ist Fokus wichtig, mir sind spezielle einzelne Dinge wichtig und auf die möchte ich mich dann voll konzentrieren. Was für mich in der Pause eben entweder die Schule und das Lernen war oder eben mein bester Freund, mit dem ich mich unterhalten wollte über verschiedene Dinge, was so einfach auch wieder die Freundschaft gestärkt hat. Und das waren für mich so die zwei wichtigen Dinge, die ich in der Pause gemacht habe. Um 13 Uhr ist ja dann meist die Schule vorbei, auch in der Oberstufe. Und wenn ich dann aber beispielsweise Nachmittag hatte, dann war Mittagpause, da habe ich meistens irgendwas zu essen geholt und habe dann aber auch meistens nicht mit irgendjemandem geredet, weil während du isst, kannst du ja schlecht reden. Deswegen habe ich gegessen und meistens zusätzlich dazu noch ein Hörbuch gehört. Das habe ich immer so in der Mittagspause gemacht und dann war ja eh wieder Schule. Wenn ich aber, wie an den meisten Tagen, natürlich um 13 Uhr auch wieder heimfahren konnte, dann bin ich, habe ich um 13.30 Uhr so erstmal Mittag gegessen mit meiner Family und dann danach habe ich mich manchmal direkt an die Hausaufgaben gesetzt und manchmal habe ich erstmal gechillt, kann man in meinen Augen machen, wie es sich für einen besser anfühlt. Und wenn ich aber dann mal beim Lernen saß, habe ich das auch wirklich sehr, sehr konsequent gemacht, was super wichtig ist, kein Handy, keine Ablenkungen und so weiter, voller Fokus bei der Aufgabe, Bock haben, aufs Lernen, sich da reinsteigern, besser werden wollen, was sie einfach pusht, was dich motiviert, was auch dein Verständnis krass, krass fördert. Und meistens war es so, dass ich da einfach die Hausaufgaben gemacht habe und wenn ich mit denen fertig war, war ich mit denen fertig. Außer, es stand auch irgendwas zum Lernen größer für die nächsten Tage an. Dann habe ich das da manchmal auch noch gemacht. Ansonsten habe ich einfach dann Freizeit genommen, ganz einfach. Hatte dann um 17 Uhr rum meistens noch so Triathlon-Training. Also ich habe in der Zeit, habe ich noch Triathlon gemacht, in der 11. noch ein bisschen, glaube ich. Also ich habe 10 Jahre Triathlon gemacht, habe das dann so ungefähr in der 11. aufgehört. Oder habe dann, wenn ich dann eben keinen Triathlon mehr gemacht habe, einen anderen Sport gemacht. Also ich habe wirklich täglich Sport gemacht, meistens so von 17 bis 19 Uhr, so mit Duschen und so weiter zusammen. Und dann ging entweder noch ein bisschen Lernen ab oder Freizeit und Chillen. Das war für mich immer so meine Kombination. Ich habe da vielleicht auch mal noch gezockt, aber auch in der Elfklasse habe ich eigentlich fast gar nicht mehr gezockt. Das ist lustig für mich jetzt auch gerade darüber nachzudenken. So, was habe ich eigentlich immer gemacht? Aber es war wirklich einfach entweder Freizeit oder nochmal was Lernen. Vielleicht auch, was ich auch immer wieder empfehle. Am Abend sich nochmal die Sachen für den nächsten Tag anschauen. Bringt dir mega viel. Du bist einfach ready, wenn du es kurz vorm Schlafengehen machst. Wird es auch nochmal besser abgespeichert. Deswegen sehr empfehlenswert. Und dann war es für mich so, dass ich ab ca. 20.30 Uhr, auch die Uhrzeit, hat sich je nach Länge in meiner Abendroutine immer wieder verschoben. Eben die Abendroutine begonnen. Das bedeutet, ich habe da dann einfach gesagt, okay, ich schreibe mir auf, was ich heute gut gemacht habe, was ich verbessern will, wofür ich dankbar bin. Also quasi so eine Art Tagesjournal. Ich habe meistens ein Kapitel in dem Buch gelesen, was ich gerade lesen wollte. Meistens irgendwelche Bücher über Persönlichkeitsentwicklung. Und habe dann manchmal auch noch 10 Fingerschreiben eingebaut. Habe Speed Reading geübt. Also verschiedene kleine Key Skills, die ich einfach noch in meine Abendroutine integrieren wollte, um die eben noch zusätzlich dazu zu lernen. Und dann natürlich im Bad fertig machen, Zähne putzen, umziehen und so weiter. Und dann natürlich nochmal eine halbe Stunde meditieren. Das war mir sehr, sehr wichtig. Und das kann ich auch jedem empfehlen, der beispielsweise manchmal das Gefühl hat, er kann nicht richtig einschlafen. Vor allem auch vielleicht vor Verprüfungen. Meditiert nochmal direkt vorm Schlafengehen. Ihr werdet so, so gut schlafen. Das ist unfassbar. Aber ich habe dann irgendwann auch gesagt, okay, ich will nicht nur eine halbe Stunde meditieren und dann gleich schlafen gehen, sondern diese kleinen Zwischenpunkte zwischen habe ich mir zwischen Meditation und Schlafengehen nochmal 5 Minuten genommen, um mir dort Affirmationen aufzusprechen. Das sind sozusagen kleine Statements wie ich bin glücklich, ich gebe mein Bestes, ich bin gesund und so weiter. Und da habe ich einfach die wichtigsten Punkte für mich rausgeschrieben, die ich jetzt gerade in mir selbst verwirklichen wollte. Und habe mir die nochmal wiederholt, wodurch du einfach eine erhöhte Wahrscheinlichkeit hast, dass du dein Unterbewusstsein darauf auch trainierst, dass du so bist. Kann ich auch mal zu Affirmationen ein Video machen, wenn ihr wollt. Und das hat nochmal richtig viel geholfen, weil du einfach dich nochmal ein bisschen gepusht hast, aber nicht in so einem Motivationssinne, weil dann könntest du wieder schlechter schlafen. Es ist einfach in so einem positiven Sinne so, ja, alles ist gut, ich bin dankbar, mein Leben läuft gut, ich werde besser, ich entwickle mich weiter. Und mit diesem Gefühl, dann schlafen zu gehen, war einfach mega cool. Und am nächsten Tag ging die ganze Party dann von vorne ab. Und ich muss sagen, das alles war auch echt eine gute Kombination so zwischen in der Schule echt Gas geben, produktiv sein, gleichzeitig aber auch Spaß haben, auch noch andere Dinge daneben machen zu können. Mein Sport als großes Hobby, das war mir einfach super wichtig. Und ich muss sagen, im Nachhinein, jetzt auch mit meinem 1-4-Schnitt, bin ich unfassbar happy, wie gut ich das alles gemacht habe, weil ich sehr, sehr viel in der Oberstufe erlebt habe, auch nebenbei mit dem Startup, viel mit Spiritualität ausprobiert. Das fand ich einfach super geil. Ich habe ganz, ganz viel gelernt, habe gleichzeitig auch einfach mal noch mit Freunden einfach nur chillen können und war trotzdem sehr, sehr gut in der Schule. Und das finde ich ist einfach mega cool so. Deswegen schreibt gerne mal auch eure Routine, die ihr entweder aktuell in der Schule habt oder hattet, für alle, die jetzt Abi gemacht haben, dass alle anderen sich daran wieder inspirieren können. Ich feiere das so krass, wenn wir im Hashtag AA-Team, wir als Abiturathleten, uns alle gegenseitig unterstützen und nicht nur ich im Video euch Mehrwert bringen kann, sondern wir uns auch untereinander. Das bedeutet, ihr schreibt in die Kommentare, was sind eure Routinen, du kannst durch die Kommentare schauen, was bringt, was machen andere, hey, das finde ich irgendwie voll geil, das will ich auch so machen oder hey, warum machst du das so und so. Und dass man einfach noch stärker in den Austausch kommt, wir noch stärker unsere Community bilden, nicht nur von der Größe und der Reichweite her, sondern auch von der Tiefe her und wir uns noch stärker gegenseitig unterstützen. Das fände ich ultra cool, deswegen haut das gerne in die Kommentare, helft ihr bestimmt vielen anderen auch und ansonsten macht euch selbst eure Routine, ist super, super, super wichtig, ganz, ganz entscheidend und ansonsten glaube ich wie immer an euch. Wir sehen uns im nächsten Video, euer Leo. I wanna know what the fuck is a team nobody gonna work harder than me especially if it's my dream I can't let none of these looks intervene no most of these blessings I can't even see praying that I get to breathe, yeah